Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf DJ Tom Event 101. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in dieser schwierigen Zeit. Ich wollte eigentlich schon wieder längst ein Video gemacht haben, nur irgendwie... Es ist schwierig einfach mit Corona. Es gibt auch Strafen, ich will halt nicht irgendwie was machen, einfach... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, ich habe mir was ausgedacht und zwar... Ich habe jetzt einfach mal von 2014 bis heute von meiner DJ-Karriere einfach mal ein paar Videos rausgesucht. Nicht alles, es ist längst nicht alles, was ich gemacht habe, was ich euch gleich zeige. Aber ein Teil rausgesucht, was ich bis jetzt als DJ gemacht habe und als... Habe ich jetzt so gesehen, als Video zusammengepackt. Viel Spaß beim Zugucken und es würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal, wenn wir alle wieder gesund sind, dabei seid. Euer DJ Tom. 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 Bis zum nächsten Mal.